Hallo, ich heiße Berfing, bin 24 Jahre alt, komme aus Köln, Deutschland. Ich bin momentan hier bei Dr. Suleyman Tasch, weil ich eine Nasen-OP machen möchte, die ich schon seit neun Jahren machen möchte, seitdem ich 15 bin. Ich hoffe, dass ich ein schönes Ergebnis erzielen werde und ich bin froh, hier zu sein. Hallo Freunde, heute ist der Tag, ich werde heute operiert. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich weiß, es wird gut. Ja, drück mir die Laumen, ich erfülle heute meinen Traum. Dankeschön. Oh mein Gott, danke sehr. Ich freue mich, ich bin sehr glücklich und ja, Herzensempfehlung kommt auf jeden Fall, wenn ihr eine schöne, natürliche Nase haben wollt. Hier. Tschüss. Vielen Dank.